Maschallah, Freunde! Aaaaaah! Luka! Nein! Oh mein Gott, Maschallah! Ey, da bin ich! Es ist nicht ganz so wunderbar, weil ich hab heute jemanden dabei, der tatsächlich ähnlich weiß wie... Unnötig! Einfach jetzt hier noch ganz kurz den... Zu jeder Bestellung! Ich wollte gerade meine Introduction machen, dass du fast genauso heißt wie ihr Wi-Fi-D nur deutlich unangenehmer bist. Ich bin der Luca. Wir fangen an der Stelle einfach mal an, meine Freunde. Wir machen heute eine Nicht-Lachen-Challenge. Und wer lacht? Das will ich nicht gucken, Luca. Doch, wir gucken jetzt in This Together von Emily Rock. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Dann gucken wir halt die Superball-Half-Half-Time-Show. Will ich auch nicht, Alter. Wir gucken uns jetzt deutsche Memes an und müssen versuchen... Ja, dann gucken wir halt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Und wer lacht? Der kriegt morgen gar ein Karneval die Nase gebrochen. Ich hau dir in die Schnauze. So. Fangen wir an, nicht lachen. Die Zahl, die vorne multipliziert, ist auch nicht. Immer nur die Verschiebung entlang X und entlang Y. Ich hab kein Wort verstanden bis zum Ende gar nicht. Ich wollte mal ganz kurz, darf ich mal stoppen? Darf ich mal stoppen kurz? Können wir nicht das gucken? Junge. Das Minus oder das Plus vorne hat nichts mit dem Scheitelpunkt zu tun. Die Zahl, die vorne multipliziert... Luca! Das Minus oder das Plus vorne hat nichts mit dem Scheitelpunkt zu tun. Die Zahl, die vorne umzieht, ist auch nicht. Immer nur die Verschiebung entlang... Ich lass es jetzt, ich lass es, ich lass es. Okay, kurz. Der erste Clip. Wir haben es schon mal geschafft, nicht zu lachen. Ich bin schon zweimal ausgerastet. Kevin, das ist einfach so dumm. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen hab. Luca! Ich hab den Sinn der Challenge irgendwie nicht so ganz verstanden. Du hast ja schon mehrfach gelacht. Du weißt, dass du morgen die Nase gebrochen bekommst, ne? Ja. Können wir hier rechts auch chatten? Kannst du mit mir jetzt einfach dieses Video gucken, du dummer Bastard? Ich seh den Chat, ich hab den ausgeblendet. Guck dir jetzt bitte an, wie er die Treppe runterfährt. Ja, okay. Das ist einfach so dumm. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen hab. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen hab. Ach krass, ist das dein Vater? Mhm. Geil. Boah! Oh mein Gott! Junge, Alter! Er sagt... Oh, yeah! Aua! Warte mal Tick. Hans, jetzt der Flammenwerfer! Ja, Flammenwerfer. Jawoll! Kenn ich schon. Halt! Er schlägt seinen Fernseher kaputt. Glaube ich nicht. Junge, Alter! Kenn ich schon. Mach mal weiter. Ich kenn das schon. Ich bin mir sicher, dass du echt ne Menge Hate in den Kommentaren bekommst, wenn du so weitermachst. Ach, das ist diese Fahrradfahrerin, die die Treppe runterfährt. Die deutsche Mountainbikerin ist heute Abend. Ja! Sie ist stark! Es ist Regina Stiefel. Herzlich willkommen! Sie ist stark, sie ist stark. Sie ist die beste deutsche Mountainbikerin, oder? Die beste Deutsche. Ey! Du Mata hab ich runtergeschubst! Und schafft es nicht mal in die Treppe runterzufahren. Vor allem haben sie noch für sie so einen ganzen Parcours aufgebaut. Das wird dir ja niemand glauben, wenn sie nicht mal die Treppe runterfährt. Ey, das hier sind die, das ist die Mutter mit ihrer Tochter. Die unterhalten sich über... Das ist der Challenge, ich muss erraten, was das für ein Clip ist. Weil ich glaub ich kenn das schon. Ich glaub nicht. 14. 14? Ja. Da juckt die Flöte auch schon zwischendurch nach. Okay, weiß noch übertreib mich bitte. Sie sind unglaublich hässlich. Was ist denn... Wie sehen sie denn ohne dieses Kostüm aus? Auch hässlich. Noch hässlicher. Junge, Alter. Erzfeind! 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 Kennst du den? Wer ist der Erzfeind? Das ist der Erzfeind. Aha. Der ist der Erzfeind. Wer ist das? Wer ist das? Es ist einfach der Erzfeind. Digga, du stellst es einfach nicht hin. Nein, du stellst es einfach nicht hin. Ist das nicht ein Adlerson, jede, wieso, oder? Jedem ist es der Erzfeind. Ist doch Adlerson, oder? Ja. Charaktervoller. Ist wirklich der Erzfeind? Von jedem Vorfeld. Dieser arme Mann, Alter, der die ganze Zeit belästigt wird. Junge, der hat da nie... Bruder, es ist der Erzfeind. Checkst du das nicht? Ja, aber hat der irgendwie was getan? Also... Alles. Der hat jedem was getan. Okay. Er ist quasi Karma in Person. Wovor hast du Angst? Ich hab einfach vor, dass ich durch Rassismus irgendwelchen Nachteile erleiden muss. Jaaa... Ich kann es dann gefallen. Warte, warte, warte. Neun Vorurteilen und Rassismus. Spinnen und Insekten, also die krabbeln so eklig. Ich hab unnormal, ich hab sogar ne Phobie, ich schwör's dir. Was ist die erste Reaktion, wenn Sie sich vorstellen irgendwo und sagen, guten Tag, ich bin Nicole Jäger, Abnehm-Coach. Das ist super, das nüsst du mir die tatsächlich ständig... Ja, okay. Also, ich weiß jetzt nicht, also, no front Nicole Jäger, aber... ...was passiert, so Partys und... Digga, hat sie die Bundesliga-Schale um den Hals hängen. Oh, Junge, Alter. Das ist die, aber die sieht nur so klein aus bei ihr. Jaaa... Hey... Nicole Jäger ist einfach 10 Meter groß. No body shaming here. Body positivity, man. Sag ich mal, ja man sieht's wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungs-Coach und... Eier. Das ist locker, Jürgen. Und jetzt wirklich? Nee, 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 ich mache das tatsächlich beruflich. Ey, das muss ich mir als Einblendung runterladen. Ach guck mal, das war ich im Gebüsch. Ey, du... Du denkst, du abwärst Ronaldo, oder? Kannst du jetzt mal grad auslaufen, Alter? Stehst du allein im Cage? Spielst du allein Fußball, weil keiner Bock auf dich hat, weil du so scheiße bist? Es ist lieber nur Stick Mandarinen, du Arschloch! Deine Mutter ist Schiedsrichter an die Kreisliga! Du... Was ist das für ein Clip? Voll krass, dass die den jetzt schon reingenommen haben. Ich hab den gestern erst geschickt. Ach, warst du das? Das Video ist zu Ende. Eier, Mann. Nein, das jetzt. Hä, können wir nicht das gucken? Bitte, Luca, bitte lass uns dieses Video doch einfach zu Ende bringen! Man! Ich find's geil, immer so Manuel Neuer, wie er da steht und sich freut. Guck mal, in Manuels Gesicht. Guck mal bitte in Manuels Gesicht die ganze Zeit. Siehst du, Manuel? Wie er sich freut? Ja! Luca, bitte, Hälter! Oh, Alton Concraft-Empro! Nice, Alter! Ganz kurz! Das Video heißt seltene deutsche Memes! Es ist selten! Co2-Steuer... Ah, die kennen wir an! C-O-Tool... Bist du für eine Co2-Steuer? Co2-Steuer? C-O-Tool-Steuer. Ich bin bei der Telekom. Ne, Vodafone. Gangster-Rapper sind in Deutschland derzeit sehr erfolgreich. Ja. 1-8-7 Straßenbande und Capital Bra. Frau Merkel! Capital Bra! Frau Merkel, hallo! Frau Merkel! Vielen Dank, Frau Merkel! Vielen Dank, Frau Merkel! Vielen Dank, Frau Merkel! Vielen Dank, Frau Merkel! Vielen Dank! Das ist doch gut! Das ist doch gut! Kenn ich! Der rutscht weg! Auf was? Auf ner Zwiebel! Oh, aua! Alter, ist das nicht Jause-Musikvideo? Ist das nicht Karneval morgen in Köln? Ne, das ist Jause-Musikvideo! Alter, ist das unangenehm! Ich bin der einwandes Vertrauen! Salaamalakum, Freunde! Salaamalakum! Salaamalakum! Ja? Ja! 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 Einfach ich als 10-Jähriger? Guten Morgen! Salaamalakum, Freunde! Guten Morgen, 20.40! Oh, nein! Ich soll ein Aufford über das schreiben, was meine Mutter am meisten bereut! Oh, schau mal im Badezimmer über dem Waschbecken nach, Schatz! Im Badezimmer über den... Oh, Junge! Wie ist das? Wie ist das, Bruder? Ich hätte es nicht so witzig, weil es ja echt solche Fälle gibt! Ja, bei dir! Ah, der sieht aus wie dieser Charakter von Team Fortress! 1 zu 1! Guck mal gleich, wer denn nah auf ihn ran filmt! Was, Junge? 1 zu 1! Dieses Rumgeschreie, Alter! Das waren wir heute Morgen im Gym! Ja! Was isst du da? Das war's, du gestern Abend dann! Was? M-M! Sag mal bitte! M-M! Das ist M-M? Ja! Das ist M und Ens! Ja! Scheiße, Mann! Scheiße, sagt man nicht! Da geht die Bildung von in den Arsch! Hä? Hä? Wer ist er? Warum? Ich finde seinen Hut aber schön! Bro, ich hab über Angst vor ihm! Oh, Junge! Hey! Allert kommt! Wuuuuh! Junge! Ja, Alkohol! Keinen Morgen, Junge! Ja, Mann! Ich habe ein Video und das würde ich mir gerne mit dir anschauen! Ja! Es ist nicht dieses Video! Sondern! Ja! Servus, liebe Tschabonentin! Lass das doch gucken, ey! Das werde ich viel witziger! Nein, nein, wir gucken uns weiter solche Memes an! Einen grünen Haare! Der eine liegt da wie Scheiße! Stinkt nach Hunde! Der eine am Betteln! Eine stinkt! Wallah! Macht er ja Führerscheid! Ich schwöre auf alles! Scheiße auf ihn! Okay! Oh! 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 Ey, Bro! Sag mal Luftschnippchi! Kenn ich! Luftschnippchi! Bei mir wurde gerade geklingelt! Luftschnippchi! Ich bin ein Schwung! Ich spreche Englisch! Ich spreche Englisch! War ja gerade nicht gut! Oh, wenn wir auf Thanos gerichtet werden! Der ist Thanos! Dieser Grüne, oder? Was sind wir morgen an Karneval? Ja! Oh, oh, Junge! Wie unangenehm! Oh mein Gott! Einfach aufstehen, als wäre nichts gewesen! Weitergehen, Bro! Weitergehen! Reagierst du, wenn deine Crush dir so zurückschreibt? Ja! Jedes Mal! Das ist mein Vater! Wusstest du das? Haben wir den gleichen Vater? Ich wusste! Das esse ich auch mal zum Frühstück! Das ist so ekler! Ich mag es schon, mein Vater! Oh, Junge, Alter! Ich wollte eine ganz besondere Story erzählen, als wir vor gestern Abend essen waren! Ey! Wir waren zusammen was essen! Ne, du hast gesagt, Salat bitte und Oliven! Was ist im Salat drin? Oliven! Oliven! Ich bestell was Vegetarisches! Was begraue ich dazu? Speck! Danke für nichts an der Stelle! Servus, liebe Ciao! Luca! Ach guck mal, Kollege! Und zwar bin ich nicht dafür, dass man Frauen schlagen sollte! Es sei denn, sie fordern euch dazu auf in einem sehr euphorischen Ton, wie zum Beispiel Schlag mich! Ich... Okay, das war jetzt nicht zu euphorisch, also ein bisschen geschrien! Okay! Das sind die Statements, die wir brauchen, oder? Prinzipiell bin ich nicht gegen Frauen, denn Frauen sind auch... Prinzipiell nicht! Frauen sind auch liebe gewesen! Frauen sind auch... Menschen... Junge, Alter! Ey, das kann er doch nicht ernst meinen! Meint er auch nicht, meint er auch nicht! Das heißt... Montana Black! Aha! Montana Black! Ach Junge, Alter! Alter, das war ich gestern aufm Klo nach dem Inder! Die machen Parting Contest! Ach Junge! Er kann... Alter! Und das war dieser ganz dünne Kerl, was macht er jetzt? Keiner nimmt den Ernst, aber pass auf jetzt! Hä? Hä? Egal, das ist halt so ein Video, was dann so... Alvanhumor! ...fünfzigjährige Mütter sich rumschicken und dann so... Ach, da hab ich ja wieder... Da hab ich ja wieder über den Boden gerollt! Da hab ich ja wieder über den Boden gerollt! Da haben meine Lachmuskeln... Mensch, Alter Alter! Das war ja witzig! Nein! Oh mein Gott, was war das? Warte, da bin ich! Ey, da bin ich! Mach was zurück! Hä? 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 Aber geil, ich hab's in ne Meme-Combination geschaut! Oh, warte, warte! Eine hab ich noch! Eine hab ich noch! Zweier! Perfekt! Eier! Ja! Würdest du sagen, Kosti ist spielsüchtig? Ich finde, er lebt auf jeden Fall gesund! Das glaube ich auch! Ich glaube, einen Ruhepuls von 490 zu haben, ist komplett empfehlenswert! Der hat immer so weißen Speichel am Mund, siehst du das? Ich glaube, das ist Tollwut! Yes! Digga! Für was wurde dieses Video schon alles benutzt? Alles! Für alle möglichen Videos, Einblendungen, Meme-Compilations! Ja, ja, ja! Und er hat sich einfach am Stream gedacht, ich fühl den Song! Ja! Ich hab noch das hier! Servus, liebe Chabonentin! Ich... Oh! Oh! Ey! Ja! Ich hab Messi gezogen! Oh! Ganz kurz! Wie viel Geld hat er da reingesteckt? Und vor allen Dingen hat er Messi gezogen? Ich bin mir nicht ganz sicher! Als ob das so groß läuft! Wie alt würde das... Wie alt würde das... Ja! Wie alt würde das... Ist das dumm! Oh! Es war knapp, aber ich musste echt kein einziges Mal lachen! Ja! Damit würde ich das Video an der Stelle jetzt auch beenden, weil ich muss kacken! Ich würde sagen, Luca war eine unglaubliche Bereicherung für dieses Video! Wenn ihr wollt, dass Luca nie wieder bei einem Video dabei ist, lasst einen Daumen nach oben da! Wenn ihr Luca extrem unangenehm findet, lasst einen Daumen nach oben da! Und ähm... Ja! Freitag kommt dann mein neuer Merch raus! Ihr habt's eben gehört! Macht's gut! Haut da rein! Bis zum nächsten Mal! Und äh Luca! So! Perfekt!